So, jetzt mach ich's besser. Scheune. Lach dich aus, wenn ich die Runde gewinn. Weil dann wird der Runde nicht gezählt für dich. Vor allem Solo. Im Duo, das schaffst du nicht. Ja, hab ich schon öfter geschafft. Jetzt im Ernst. Oh, nicht heute. Warum seid ihr dann schon wieder so viele hier? Jetzt hol ich die Runde extra, weil du's gesagt hast. Schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Was krieg ich, wenn ich die hole? Na, stört wen ja. Komm. Weißt du, dass ich dann kriege einen Win? Hier mal schon mal eine blaue. Oh, yeah. Das sieht jetzt ganz gut aus. Schlupf, schlafen wir mal. Keep on rollin', baby. Weißt du, was das ist. Oh, ja. Oh, ja. Ok. Was ist das? Ich bin nebenbei dir zuzugucken Trottel Trottel Ruf Okay. Sorry aber richtig auf Flamongo, richtig auf Flamongo, aber vom Fach. Das muss an dir gelegen haben nun, das muss an dir gelegen haben, eindeutig. Ich hab noch keine Gegner wieder gesehen. War's das hier am Bauernhof, oder was? Der war sicher AFK, was? Wöhm... 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 stand doch da vorhin dodo finde ich voll dumm irgendwie dass man jetzt da waffen kaufen kann für holz und so ohne boogie bombe noch nie einen damit gekillt oder schießt es noch dachte ich bin alleine so Was ist das? Was stimmt denn mit dem Grisplay nicht gerade? Na hallo, hast du es mal gesehen? Schau es mir gerade an Oh, imboot Hier war da noch einer, der hat auf irgendwen geschossen Und die Glocke packen Ey, jetzt fühl ich mich langsam verarscht What the fuck? Fuck the what? Darauf erstmal Oh oh Was? One-Shot? Nein! Aber ich hab den auch mal Headshot gedrückt Der hat noch genau 100 Leben Oh, nicht mal Oh mann Alter, dann so ne Scheiße Ich hab euch extra einen Headshot gegeben Oh 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 Oh